hi freunde und herzlich willkommen hier war ggaming verlob wird am start heute gibt es noch einen spc-kontest dienstag ist kurz nach 19 uhr und heute wollen wir uns genau darum kümmern heute vor allen dingen einmal ein augenmerk auf die 400 plus road to the knockout oder trailblazer upgrade spc legen davon werden wir mehrere packs öffnen hier heute in diesem video wir haben außerdem am start und zwar wieder eine dreifache gefahr challenge nummer zwei da gibt es aber warum auch immer nur ein gold pack zurück außerdem haben wir zwei spieler spcs ende einer ära rapido und wir haben krieger am start und außerdem haben wir neue team grundlage alles zusammen schauen wir uns an heute in die video also let's go und rein ja wenn ihr meine tech jahre zu schützen wollen freuen dann nehmen wir gerne kurz die eine sekunde zeit daumen nach oben da lassen wir extrem unterstützen dankeschön dafür 500 likes heute wieder das lag ziel lasst auf jeden fall gerne liebe da gerne auch kostenlos ein abo da lassen das geht unten ganz schnell auf dem weg richtung 60.000 abonnenten dankeschön dafür euer support und gerne mal eure meinung zum heutigen ja ihr könntet aber auch eure packpuls rein runter in die youtube kommentare schreiben ja und damit starten wir direkt erstmal heute wichtigen was müssen wir bei der 84 plus road to the knockout trailblazer upgrade spc abgeben wir hatten vor kurzem die 84 plus road to knockout upgrade spc draußen gestern haben die 84 mal 3er upgrade spc bekommen ja und jetzt haben wir eben die road to the knockout oder trailblazer upgrade spc draußen ihr seht es einmal wiederholbar refresht sich innerhalb eines tages und läuft ab in drei tagen insgesamt abzugeben habe folgendes und zwar ein 83 graden spot relativ legitim und wie ich finde generell legitim und ein team of the week ja also alles dabei und ich würde sagen das ist auf jeden fall völlig legitim ein segment ist nicht meiner meinung nach überteuert und natürlich haben weil es erst im nachhinein über das pack öffnet ist es vielleicht top ist es flop ich hoffe wir können es auf jeden fall heute herausfinden mit mehreren packs davon habt ihr schon meinen ersten eindruck bekommen darum geht es freunde und ich kann euch damit weiterhelfen wir gucken uns natürlich gleich erstmal dieses pack an aber vorweg gehen wir kurz auf den andere content ein und zwar fangen wir an mit der dreifachen gefahr challenge was ich hier dabei gedacht hat dass wir hier ein gold pack zurückbekommen ich weiß es nicht wisst ihr es ich weiß es definitiv nicht ein gold pack als wären wir in der woche eins oder so 65 graden squad müssen wir ja abgeben dafür ich glaube in die spc werden 99 prozent nicht gehen ich werde es wahrscheinlich trotzdem einfach machen weil wir wissen ja aus dem gold pack kann was gutes dabei sein wollen wir jetzt erst mal heute hier in dem video aus dem vor lassen das auf jeden fall aber auch neu finde ich ein bisschen weird dieses gold pack lass ich gerne mal zu wissen keine ahnung was die bei ea gedacht hat ja jeden tag wiederholbar ist ja die king spc dieser wichtig für eben die aufgabe wenn man nicht in die überteuerte oder was heißt überteuert ist ganz gut gepreist aber ich gehe persönlich nicht rein weil ich habe schon genug evs deshalb holt ich mir immer hier täglich die lohn geschichte für die objective geschichte in den aufgaben und mache dann täglich meine drei games ja dann aber zwei spieler spcs rapino wusste wahrscheinlich kommt vor kurzem ist auch geleakt vor ein paar stunden krieger dann insofern aber zwei ende einer ehre karten wir fangen mit krieger an das ist eine karte wir gucken uns das natürlich gleich bei futbin auch an wo ich schon recht schwierig finde sie ist ev sie ist 168 wer stellt sich eine 168 ev karte da rein weiß ich jetzt nicht schwierig zdm kann sie auch noch spielen wenn dann eher vielleicht im zdm und hier ist eine generelle sache vielleicht für collector für ja leute die sammeln im endeffekt aber ja was soll man sonst sagen es ist eine frau ich weiß dass frauen generell bei der fifa community nicht so gut ankommt wir können sagen ausgeglichen tempo wir uns jetzt mal neutral betrachten wir haben 89 defensive sieht auch big aus gucken uns gleich on detail über footbin an wir haben viel spielstil da playstyle plus mit in der luft die am start ist und sonst haben wir die kante harter pass und weiter pass also das auf jeden fall am start und die frage der fragen was müssen wir abgeben wir müssen abgeben 83er grand squad mit dem team of the week und da sage ich gerade ehrlich bevor ich die spc mache hole ich mir jetzt erstmal 84 plus pack was ich auch gerade eben gemacht habe bevor ich hier wieder ein team of the week und eine 83er grand squad gibt haben wir auch viel bei jiru beispielsweise haben wir auch so ein segment was wir genauso abgeben müssen was ich aber grundsätzlich gut finde ist die zeit von den beiden spcs 29 tage ist die spc jeweils da bei den premium spcs also grundsätzlich nicht schlecht rapino habe ich eben schon gehört und auch gestern schon mitbekommen die sollen nicht so gut ankommen bei fifa leuten ich habe gehört sie soll sich dafür einsetzen dass frauen ja unter anderem gleiches gehalten wie die männer bekommen ich weiß nicht ob das der grund ist warum sie so gehasst wird bei footbin soll sie auch schon fett gedown wurde ich weiß es nicht also habe ich wirklich nicht intuit falls da jemand bescheiden oder mehr bescheid weiß warum sie so gehasst ist in fifa also das ist komplett bei mir vorbeigegangen muss ich ehrlich sagen oder ist sie generell in real life so gehasst weil an mir ist es vorbeigegangen muss ich euch ehrlich sagen es sind auf jeden fall zwei segmenten 84 und 85 gerateter squad und wir haben eine karte mit vier stern fünf stern 1 65 körpergröße kann z om linkes mittelfeld linker flügel und dann ist es eine sehr 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 gute ausgeglichene karte die wir da am start haben gut bei denen haben natürlich grundsätzlich das problem verein liga usa schwieriges thema ja schwieriges thema generell bei den beiden aber ich meine es ist anscheinend bei denen jetzt ein karriereende am start deshalb die eben diese sbc raus werden wir auf jeden fall noch einige diesen diesen jäfc teil eben ja dann bekommen diese ende einer ära premium sbc bekommen haben wir auch heute wieder eine team gut lang geschieht natürlich gleich auch in den ziel zeigt euch gleich was da am start ist und da haben wir zur sbc ich könnte fast wiederholen drei sterne drei sterne eine stürmer karte mit drei sternen drei stern frankreich und ihr seht es hier die liga d1 akema also die französische liga der frauen ist hier am start um die es eben hier geht und ich sage es euch ehrlich ich sehe jetzt schon ich weiß schon gar nicht was wir abgeben müssen aber wenn ich schon sie drei sterne drei sterne stürmer da bin ich raus 83 grade squad auch hier mit dem 85er oder höher geraten spieler mit drin ist also schnell gemacht aber drei sterne also da muss man hoffen dass wirklich irgendwie so eine evolution geschichte kommt wo die reinpasst wo man dann skill mode week von eben upgrade kann plus hier und da ein paar kleinen feine stats hoffe ich mal dass das kommt auf jeden fall aber ja schwieriges thema um es mal auf jeden fall so zu sagen gehen wir kurz in die ziele da seht ihr schon revelli wurde uns so angezeigt was haben wir am start wir haben am start und zwar ach so abruf kurze geschichte mal zur zur fc pro geschichte ich habe einige kommentare gelesen und auch bei instagram nachrichten bekommen von euch das ist bei euch mit den rewards teilweise gar nicht geklappt hat ich habe mitbekommen dass sie da probleme hat die rewards teilweise rauszugeben aber bitte bitte freunde ich bin nicht ihr help ich bin nicht irgendwie ich kann euch das nicht weiterheffen ich habe extra drei videos gemacht einmal wir eure konto mit twitch connected einmal wie eure youtube account eben mit ihrem ea konto verknüpft und wie das mit den rewards aussieht wie holt ihr die ab sowohl bei youtube als auch bei twitch ja dazu gibt es drei videos hier auf dem channel mehr kann ich euch leider auch nicht sagen er hat sich dazu offiziell auch noch nicht geäußert bei mir hat alles wunderbar geklappt und ich kann euch generell nur als tipp geben bitte guckt dass das am besten wenn noch mal so ein event kommt am besten über twitch schaut weil damit habe ich auch persönlich meine beste erfahrung gemacht bei youtube persönlich noch nie probiert und insofern auf jeden fall bei mir hat es geklappt ich kann überhaupt nichts negatives sagen und bitte ich bin kein ihr help da müsst ihr leider ja müssen wir alle hoffen dass sie sich dazu äußert aber ich kann nur sagen was ich wie es gemacht habe habe ich euch in den videos gezeigt und ich kann euch sagen bei mir hat es auf jeden fall wunderbar geklappt warum es bei euch teilweise nicht klappt checkt es ab freunde guckt doch mal explizit die videos dafür habe ich sie gemacht und guckt ob eure accounts wirklich 100 prozent connected habt wollte ich aber kurz darauf eingehen habe ich jetzt so viele fragen zu bekommen das kurz vorweg so was haben wir denn jetzt neues sollte hier am start wir gehen kurz hier rein sieht nicht neu aus im live segment was haben wir am seasonal nein meilensteine und da müsste genau da haben wir es jetzt unter eben der zuletzt neu gekommenen frauenbundesliga haben wir jetzt am start rivelli und zwar bereitet squad battles auf halb profi rival champs sechs toren mit einem spieler vor erziele fünf toren wieder spiele sechs partien und gewinne fünf also da ganz entspannt in squad battles einfach reingehen die packs holen schrägstrich die spieler und der gruppen award ist le garek ja gucken wir uns auch gleich und detail bei foot bin beziehungsweise bei fuji g dann genauer an so haben wir ziele abgehakt habe spcs abgehakt und gehen jetzt zweiter freunde zum thema zum haupt thema des heutigen videos und das sind die 84 plus road to the knockout schrägstrich trailblazer profi packs freunde was haben wir drin team 1 und 2 natürlich sowohl bei den trailblazern als auch bei den roten und spielern wir haben schon modric aus dem 65 pack gezogen als roten knockout karte trailblazer aber da eigentlich eingezogen weiß schon gar nicht mehr wir gucken jetzt rein in das pack friends 84 plus einige fallen raus 3 2 1 abfahrt erstes pack kann gönnen es wird trailblazer es wird es 84 rating war die 84 85 soll ich dazu jetzt was sagen oder muss ich dazu was sagen also ich meine wir können mal gerade schauen wie das ganze aussieht preislich ich kann mir aber nicht vorstellen dass ein gullowin 12k und die spc ist bei welchem preis 43.000 münzen also bei mir schon auf jeden fall big l mit der like ist sehr sehr gerne gesehen fans also man hat nicht immer glück wie die letzten tage ich hatte jetzt letzte tage wenn er die videos gesehen habt ordentlich peck luck und gullowin das ist schon mal bei mir haken wir also ab 40.000 münzen können wir schon mal festhalten kostet die spc und damit nehme ich euch schon mal rüber und zwar rüber mit zu foot bin also das ist die fuji g da gucken uns das ganze an denn fuld bin lädt mal wieder nicht vielleicht ja gleich also triple threat challenge will ich gar nichts zu sagen für die gold pack als reward gute nachbarie dann aber 40.000 münzen wie gesagt bei der 84 plus road to the knockout trailblazer geschichte gehen wir gleich rein in mehrere packs dann haben wir per note draußen 100.000 münzen und 40k haben wir krieger die spc 20k haben wir die ali najjem draußen lohnt sich 40.000 münzen die frage ist wie oft wollt ihr reingehen es für 60 alle 24 stunden wiederholbar ist es jetzt einmal ich würde es schon einmal versuchen ich war klar man ist im nachhinein immer schlauer ja wenn gleich reingehen mehrere packs bin gespannt was ihr dann jeweils drin hattet muss man beide mitnehmen nur wenn ihr wirklich unfassbar 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 viel futter habt also das sind jetzt hier die besten die wir auf jeden fall unter anderem ziehen können 84 trailblazer road to the knockout pack aber harland dem belie natürlich große fische hansen salat mbp aber das natürlich klar thema mbp der wird zu 99 prozent eben morgen am mittwoch als team auch die weg kommen deshalb auch kein legal pottm stand jetzt und er ist mir nicht gerade offiziell bestätigt zum dies monatlichen pottm gewählt wurden also auch da können wir uns warm anziehen beziehungsweise natürlich schon mal gucken in bezug auf trading und diesbezüglich uns dann ein bisschen eindecken wenn man in die spc gehen will von killer mp von der pottm spc weil die frage ist natürlich im raum wie teuer wird sie und dass sie günstig wird das können wir schon mal hier streichen günstig wird sie definitiv nicht teuer wird sie wenn dann überhaupt also das wird interessant wie teuer sie dann wird aber dazu dann später mehr beziehungsweise wenn sie dann konkret auch da ist ja wir wollen uns anschauen rapino jetzt kurz und krieger wie die beiden sich verglichen haben die neuen karten gerne auch wir haben ja schon als team auf der weg ist es plus zwei abgeholt warum ist es nur warum ist es nur von der 6 auf die 88 na gut es ist einfach vergeben hätten sie jetzt 90er karten rausgauen die antwort nee hätten sie nicht gemacht also ende einer ära karten und jetzt regnet 90er karte raushauen das wäre glaube ich ein bisschen too much gewesen aber hier sehen wir schon einige andere kandidaten kundee wäre auf jeden fall sehr nice myth ist nice cool auch oft jetzt gesehen dass ich in squads muss ich ehrlich sagen ja aber wir gucken da gleich wie gesagt in weitere packs also wir gucken hier auf die upvotes und downvotes also die kommt natürlich schlecht an road to the knockout geschieht kommt relativ gut an ich muss auch jetzt sagen ich bin positiv überrascht von den preisen ich habe tatsächlich mit zwei segmenten gerechnet sage ich euch ehrlich dann aber rapino draußen kommt gar nicht gut an wie gesagt ich bin da absolut nicht drin im game und dann aber 50 50 bei krieger und down gewohnt ist natürlich auch die geschichte fangen wir bei rapino an also 100k was gut ist natürlich die vier sterne fünf sterne das upgrade sieht auch ganz gut aus also unabhängig jetzt mal von den kurzen 8000 fast 9000 disliked this player wurde ist komplett an mir vorbeigegangen also klärt mich da gerne auf bei mir wie gesagt das vorbeigegangen ist 90 die karte sieht gut aus schwierig ist halt nur mit der linkbarkeit wenn wir halt ehrlich sind klar wer jetzt myth die auch teuer ist wir martha draußen also wir haben die objective geschichte da mit draußen theoretisch auch hier die nikoli aber jetzt mal erster freunde also ich bin in der weekend gegen noch kein gegen kein einziges frauenteam angetreten geschweige denn mit überhaupt irgend einer frau drin also für weekend league spieler das ist für fans kurz vielleicht was und dann bei krieger drei ständer drei stelle da muss ich ehrlich sagen bin ich erst mal positiv überrascht von der allgemeinen stats also mit shadow guck mal 93 pace und 96 def 91 innenverteidiger die körpergröße ist halt meiner meinung nach großes problem also das wird halt dann schwierig gerade in game und auf höherem level schwieriges thema schwieriges thema aber die ist gut gepreist keine zwei segmente insofern schon in anführungsstrichen positiver so wen haben wir jetzt hier bei den objectives drei sterne vier sterne ein saftiges upgrade wie wir es gewohnt sind bei den ganzen karten dann haben wir robert rm kriegen wir auch easy auch ein sympathisches upgrade aber wie viel hat sie vier stelle vier sterne als rm zumindest vier sterne vier sterne freunde der sonne gucken wir gleich mal die liga rein dann haben wir die karek drei sterne vier stelle ich glaube das war der gruppenreward saftiges abgehört klar von der 80 hoch auf die 85 und dann aber wie gesagt den die spc drei ständer drei sterne ea weiß doch also ea weiß doch dass das nicht geil sein kann ich meine die spc kostet auch nur 20k sonst werden sie natürlich auch teurer wir haben die ane draußen hegerberg freunde wir haben kachschawi wir haben schon einige also die die diese ball team ist ja schon damals gekommen als ja auch als objective geschichte also die könnte mir vorstellen jetzt haben wir badger gestern bekommen auch der top spc renat mit dem team of the week boost beziehungsweise vor allem pace boost geora haben wir schon bekommen ich glaube das ist eine liga die langfristig auf jeden fall weiter und weiter geboostet wird da können wir uns glaube ich auch auf einige special karten einstellen naja aber wie gesagt die mobiles geschichte oder beziehungsweise jetzt team grundlagen geschichte ist neu und ja jetzt gehen wir mal rein in die 84 plus road to the knockout oder trailblazer packs so vorne da geht es los mit dem weiteren nächsten gambling pack sozusagen also schauen wir mal rein 84 plus road to the knockout trailblazer die frage der fragen ist es eben gambling oder ist es grundsätzlich gut also bei mir jetzt schon mal nicht gelohnt das ist road to the knockout oder wait nein 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 sind die auch mit dabei oh mein gott klar komplett vergessen oh mein gott lord wow komplett alter 14.000 münzen ist komplett vergessen malar freunde die frau sind die auch teilweise mit dabei boah bodenlos das dritte pack im video freunde der sonne jawohl komm brasilien ev preis tante oh mein gott ich glaube so langsam wird mir klar dass es zu viele sind 15.000 münzen auch eher roundabout und natürlich die preise werden jetzt fall natürlich von eben diesen beiden karten blow to the knockout aber eben auch natürlich trailblazer jeder wird reingehen und deshalb gehen wir jetzt ins vierte daumen sind gedrückt bitte jetzt mal was saftiges mal ordentlich ist ich meine wenn er ein bayern fan ist freut man sich vielleicht über dante oder so aber das ist natürlich eher bodenlos dann da wollen wir und können auch besseres sehen naja athenia muss auch reinpacken in den verein so jetzt aber jetzt aber jetzt aber so richtig kann man da geht das pack auf und es wird da bin ich mal jetzt aber gespannt was der preislich noch hat der mare ist der gute mann ok 20k ich dachte ein bisschen teuer ich hätte so 30 jetzt geschätzt aber ich sehe maximal price 47.000 aber bis jetzt der teuerste aus den packs die wir gezogen haben und ich meine er kann sogar also von den stats her jetzt keine schlechte karte fünf sterne vier sterne mit dem kann man zumindest arbeiten besser als gullowin sie macht ziger rating nices dribbling neun sterne playstyle plus so von der nächstes pack wir geben nicht auf lasst was gutes um die ecke kommen was sie wieder ev wieder oh jupe diesmal guck mal auf den preis von danilo also rating mäßig müssen wir sagen wenn jetzt war es bis jetzt der beste ist 11.000 münzen ich kann das alles nicht verfolgen was ist denn los mit den packs ja vor der keine ahnung was da los ist bei den packs absolut bodenlos bis jetzt was da rausgekommen ist wahrscheinlich hat es bei euch gegönnt wahrscheinlich habt ihr jetzt schon drei kommentare geschrieben was schönes ihr gezogen habt man weiß erst im nachhinein man weiß es wirklich erst im nachhinein wie gut wie schlecht das pack ist es ist auf jeden fall und dabei bleibe ich trotzdem ein versuch wert es kann einfach weniger sein es kann ronaldo sondern es kann es kann so vieles drin sein natürlich kann es auch absolut bodenlos sein aber das weiß man eben nicht wenn man sich versucht also man muss versuchen freunde wenn ich versucht ihr wisst bescheid ja also rein da auf jeden fall gehen aber versuchen wie gesagt das ist eine spc die nicht teuer ist und die 40.000 münzen auch die habt ihr auf jeden fall um es mal zu versuchen so dass zu meinem preview pack und das soll es gewesen sein mit dem heutigen video morgen und übermorgen wieder doppel upload freunde ihr könnt euch darauf freuen wir werden die liegen spcs angreifen also schaltet gerne ein hier ist noch weitere videos wenn ihr die noch nicht gesehen habt viel spaß dabei und sonst gern bis morgen schaltet ein euer flo von archi gaming tschau leute